Maximus, hör mir zu. Du darfst in der Arena keine Furcht zeigen. Die Zuschauer regen Furcht. Furcht wird dich umbringen und wir sollen sterben. Nein! Gut, dann geh da raus und zeig ihnen, dass sie sich den Walzen ausgesucht haben. Ja! Zeig ihnen, dass deine Familie nicht umsonst gestorben ist. Hallo, Carsten Strauch hier vom Sketch History Gladiatoren Bootcamp. Ja, ich war gerade eben schon mal in der Arena. Oh, ganz gut gelaufen. Ich wollte mich ein bisschen warm machen. Ich habe gegen so einen Löwen da gerade schon mal gekämpft. Ja, ich habe den Löwen mal so richtig... Ich sehe mal so... Ja, das arme Tier. Ja, nee, also soweit. Ich habe nur gerade gemerkt, es geht jetzt auch wieder so ein bisschen los mit meiner Allergie. Ja, ich habe immer im Sommer, ja, habe ich tierisch Heuschnupfen, ne. Und das ist natürlich echt blöd, ne. Im Sommer ist natürlich Gladiatorenzeit, ja. Da haben wir Hochsaison. Und wenn dann bei dir die Augen so zuschwellen und du bist in der Arena und siehst dann nichts mehr, also das ist echt scheiße, ne. Das ist ganz blöd. Weil wenn der Löwe dann kommt und du siehst ihn nicht, ne. Ja, manchmal ist es ja, wenn der Löwe so brüllt, ne. Dann ist es noch ganz gut. Da hast du zumindest ungefähr eine Richtung. Ja, weißt du, er kommt hier von hier, ja. Und dann weißt du schon, ja, dann hast du so deine Moves und so. Dann geht es noch ganz gut. Aber oft ist es auch so, da kommt der Löwe, ja. Und dann schleicht er sich so an von hinten, ja. Und wenn du dann nichts siehst und dann stocherst du so im Blinden rum, guck mal, ist es wirklich, das ist ganz blöd, ne. Und das sind so Momente, weißt du, mit dieser Allergie, hast du dann direkt auch keine Lust mehr. Weil sonst ist echt ein schöner Job. Aber bei sowas... Zeig ihnen, dass die Gladiatoren des römischen Imperiums unsterblichste sind. Willst du das für uns tun? Dann geh da raus und kämpfe! Jaaaaaaaaaaaaaaaa! Hohohoho! Leben! Leben! Hohohohohoho! Wer ist der Nächste? Mein Tipp für den perfekten Traumbody, diese Videos ansehen, den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Gut, dazu kommt natürlich noch weniger Essen und Sport. Das verstärkt die Wirkung so ein bisschen. Aber wichtig sind einfach die Videos in Kombination mit dem Abonnenten. Das ist entscheidend.